So, dann werden wir die Zeit nochmal vorspulen auf 10.36 Uhr machen wir jetzt mal. So, da will jetzt keiner mehr mal mit. Dann spule ich halt die Sekunde nochmal vor. Manfred! Ich will dir was sagen. Manfred, du darfst nicht in den Bus einsteigen. Das steht hier vorne drauf. Auf dem Frontstuhlstange. Du darfst nicht einsteigen, Manfred. Also. So. Warte mal. Da hab ich doch was. Da ist der Flugplatz. Das kann ich euch mal zeigen. Hier ist der Flugplatz. Da fliegen sogar auch Flugzeuge durch. Dann sag ich mal los geht. Erste Haltestelle war Südstadt. Ne. Erste Haltestelle war Flughafen. Sorry, das tut mir leid. Da hab ich mich ein bisschen wohl vertan. Nächste Haltestelle Südstadt. saw hat. Zack. $$$$%& Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kann ich euch dann mal Baumgarten zeigen. Der ist jetzt schon lange rausgekommen. Das hat der Player Hannes dann erstellt. Der Hannes. Der auch um die zwei Videos macht. Das hat er dann dieser Karte erstellt. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann jetzt sein, dass der aufhört zu regnen, ne? Ne, es regnet noch ein bisschen. Ja, es regnet noch ein bisschen. So, das ist sehr gut, dass der Ampel wieder grün wird. Ist sehr gut. Ist sehr gut. Ich mag dieser Programm. Jetzt endlich mal wieder bin ich dabei, um dieser Programm wieder zu mögen. So. Jetzt betätige ich bei der Haltestelle anhalten, immer die Warnblinker. So, jetzt habe ich einen Schaltewunsch. Jetzt habe ich einen Schaltewunsch. Was? Ey, das kann nicht sein. Ich bin doch nicht im Flughafen. Oh, ne, komm. Ich bin doch nicht im Flughafen. So. S1. Hä, das kann ja nicht sein. Schweinerei. Was soll denn das überhaupt? So eine Sauerei, ey. Jetzt kommt wieder die Haltestelle Flughafen, ey. Das kann nicht wahr sein. So. Haltestelle ZOB1. Endstation, bitte alle aussteigen. Dann wieder aussteigen. Dann werde ich jetzt die Zeit mal vorspulen. Spulen mir die Zeit ein bisschen vor. Auf 10.55 Uhr. Ah, der will einer einsteigen. Guck mal an. So, die nächste Zeitstelle habe ich schon eh angesagt. Oh, Ampels grün, da muss ich mal Gas geben. Das haben wir noch alles im Griff. So, hoffentlich meckern die jetzt schon wieder nicht, hoffentlich meckern, was? Hoffentlich meckern die nicht schon wieder bürftete Zeit. Und er meckert wie der Führertein gewonnen, ey. Wofür ist der unglaublich? Hat der sein Führertein gewonnen, oder was? Ja. Ja. Hauptsache, ich krieg schon wieder kein Meckernfall. Ich muss wieder mit dem Fagis dann wieder meckern. Ich muss mal schauen auf die Balen. Schauen auf die Bilanz, sorry. So, jetzt bin ich wieder 100% Ass reingefahren. Ich habe mich schon wieder richtig verbessert. Also ihr wisst, es steht wieder 100% und ich bin wieder Ass reingefahren. So, da habe ich jetzt Inhaltewunsch. So, jetzt mischen ein bisschen Gas. Eben die Ampel ist grün. Das ist schon mal super. Ey, der Bus fährt schon wieder auf den Bürgersteig. Das gibt's nicht. Jetzt fährt er schon wieder auf den Bürgersteig. Geht's noch? Dieser Vollpfosten, ey, was macht der da? Ey, der trägt schon wieder völlig durch. Der trägt schon wieder völlig durch. Ey, wenn der mir jetzt reinfährt, dann gibt's Ärger. Wenn der mir jetzt bloß reinfährt. Ich warne den. Ich warne den Busfahrer. Der durchgeknallte Busfahrer, ey. Der ist ja total durchgeknallt hier. Das bleibt verstehen. Ich warne den Busfahrer. Herr der Trainer, den Busfahrer sehr gut movement. Und jetzt dann die Angehaktung der Ba nutritiousen sopratDave desmalen globale Schl Fair. So, dann sage ich, wir müssen da anhalten, das ist hier die E52, da muss dann hier die S1 einhalten, anhalten, sorry, bist du so wieder dumm, was bist du wieder so dumm rein, alter, so, wir fahren die Linie 64 von Nordpark nach Kleen, die Fahrt beginnt ab 11.07 Uhr, dann würde ich sagen, los geht's, dann tun wir das mal sofort schildern, ne, Route 02, nach Kleen, zum Adlerstraße, ihr wisst ja, ich fahr eh bei Rot, weil die Ampel kaputt ist, obwohl, ihr wisst ja, da ist ein grünes Pfeil, da fahr ich wie immer mal drüber, Scheiße, Bürgersteig, wo Licht ist eher an, beziehungsweise Scheinwerfer, so, das Ganze habe ich schon geschildert, erst halte Stelle ist Nordpark, vertreiblich, so, 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 ich mag dich. Jedes Mal, wenn ich wieder angefahren komme, wird Ampel wieder grün. Das ist super. OMSI 2, ich mag dich, wie du jetzt wieder so wie früher bist. OMSI 2, ich mag dich. OMSI 2, ich mag dich. Ich mag dich, OMSI 2. Auf geht's zu einer Erfaltestelle. So, der wird wieder grün. Ist sehr gut. Sehr gut, dass er wieder grün wird. Da kann ich mich wieder bei dem bedanken. Da kann ich mich wieder bedanken, hier beim OMSI. Dass ich wieder jedes Mal angefahren komme und die Ampel wieder direkt krün wird. Das ist sehr gut. Ihr wisst ja, ich werde jetzt eh ohne Hilfsteile fahren, weil ich mir den Weg gut auskenne. So, jetzt hat es wieder aufgehört zum Pissen hier. So. Und jetzt. So, boom. So. So, jetzt.